Die Damen ab 18 zum Hunderhub tanzen. Die Damen, ich hab gesagt, sechs bis acht Damen zum Hunderhub. Wer macht mir den Hunderhub? Das blöde Leila. Das macht man im Stehen. Aufstehen. Nein, oh mein. Die Damen, Hunderhub macht man im Stehen. Die Plätze sind begrenzt. Jene, die kein Reifenglück macht, einen Abflug. So, ich hab jetzt hier einen Reifen. Damit meine ich nicht den Fett drin und den Körper. So, die Damen, eine stellt sich in die Mitte, die anderen im großen Kreis außen rum. Nur die, die einen Hunderhub-Reifen haben. Etter, blöde kurz, geh endlich raus, du hast keinen Reifen. Charlie, gib ihr mal einen Spitz da, ich bringe mich. So, etter, hast keinen Reifen? Kann ich über ein Deutsch mal sich anders umgehen? Hey, hallo, kannst du meinen Worten noch folgen? Ja, hast du einen Hunderhub-Reifen? Nein. Dann schlägt den. Raus. Nein. Ja, ich kann so lange nicht, bis du nicht herraßen wirst. Wie habt ihr Zeit? Nein. Nein, ich krieg gar nicht. Du ziehst die Pfiffe auf dich, Mädchen. Gut. Jo, nicht. Jo. So, wir machen das. Aber ich hab ein ganz anderes-Dig. Die Damen die jetzt gerade im Moment den Hunderhub-Reifen-Reifen, mit Holzen gehts noch mal kurz bitte raus. Gehts, gehts ganz raus, gehts sicher raus? Hol mal ganz raus. So, gehts ganz raus, ganz raus. So, du holst dich hin. So, auf geht's, holt euch, das macht sie, das macht euch auch nicht, das macht euch auch nicht, das ist auch so zu sagen. So, ihr seid gescheit, hier die blöde Kuh. So, hau noch rein, dann werdet ihr wieder nörgtern, dann fangen sie sich an meine Worte her, wie man mir gesagt hat. So, nein, deine Fahrt ist zu Ende, sonst hole ich die Security. So, ihr seid gescheit.